Yo Leute, was geht? Flakes hier. Heute ist was richtig Krankes passiert. Und zwar, ich hab ganz normal eine Random Duos Runde gestartet. Und auf einmal hab ich einen Hater von mir getroffen, der irgendwie behauptet hat, dass er mich hacken wird, scammen wird oder sonst was. Der hat sogar seinen Namen umbenannt in Flakes, du Hund. Leute, ich hab das noch nie erlebt. Zieht euch das Video bis zum Ende rein. Und Leute, ich brauch auf jeden Fall noch Leute zum Aufnehmen. Also kommentiert euren Epic Games Namen, wenn ihr mal mit mir aufnehmen wollt, lasst ein Like da. Abonniert meinen Kanal. Und dann würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Es ist ultra krass geworden. Ach ja, Leute, ihr wundert euch bestimmt, warum das Video aus der Season 3 ist. Mein PC ist gerade in der Reparatur. Aber ich wollte trotzdem für euch aktiv sein. Deswegen hab ich ein bisschen vorproduziert. Ich hoffe, mein PC kommt bald wieder. Und dann gibt's wieder Videos aus der Season 4. Ich hoffe, es gefällt euch trotzdem. Kuss geht raus. Äh, hallo? Okay, okay, Leute, Leute. Wir sind jetzt in der Runde drin. Und auf jeden Fall alle Links, wo ich ihn in den Chat geschickt hab. Geht alle da drauf. Auf links im Kanal. Und disliked alle sein neues Video und beleidigt ihn in den Kommentaren. Ja, geht alle drauf. Geht alle drauf. Ja, und schreibt Beleidigungen, Flüche, alles in seinen Kommentaren. Und disliked alle ihren Account. Hallo? Kannst du mal ruhig sein, Digga? Hallo? Äh, was hast du da für einen Namen? Ey, warte mal. Was? Ey, warte mal. Ist das dein Ernst, Digga? Ich will random Duos machen. Und dann treffe ich... Hä? Was solltest du ein Name? Das hab ich ja noch nie gesehen. Ey, Bro, wenn du jetzt so ein Faker bist und kleine Kinderfrau spürst, du richtiger Ehrenmann, ey. Digga, ich bin kein Faker, Mann. Ich bin der echte Mann. Bist du lost? Was? Du bist der echte Faker? Ja, klar bin ich der echte. Warum sollte ich hier Faker machen? Keine Ahnung. Wo landest du überhaupt? Ja, Digga, ich lande, wo OGs landen. Was für OGs? Du hast doch No Skin. Was laberst du für OG? Bro, hä? Digga, das ist nur ein Bug. Ich hab extra No Skin genommen, weil du auch No Skin mobbst. Ich mobbe No Skins. Ja. Digga, und weißt du, was ich dir schon immer sagen wollte? Was denn? Was denn? Du bist der größte Faker, den ich je gesehen hab. Du fakst alle deine Lieder so random do's und so. Du tust, als ob das so sei. Aber eigentlich ist alles so abgesprochen und so fake und so. Weißt du? Mal im Ernst, bist du jetzt, äh, machst du gerade nur Faxen oder bist du wirklich ein Hater? Also... Digga, ich bin ein Hater. Mein YouTube-Kanal heißt sogar Flex-Hund. No Joke, ich hätte niemals gedacht, dass ich jemanden treffe, der einfach Flex-Du-Hund heißt. Holy Moly, Digga. Du weißt schon, dass ich dich dafür bannen kann. Hier sind zwei Lamas, Digga. Ja, Digga, ich hol das andere Lama. Danke, dass du mir Bescheid gesagt hast. Das hab ich ja noch nie gesehen, Mann. Einfach zwei Lamas. Ja, Moin. Ja, Digga. Siehst du, was ich für ein Lack hab als No Skin? Alles, weil ich drin bin, Digga. Alles, weil ich drin bin. Nee, nicht, weil du den... Kannst du mal aufhören? Ich mute dich eh gleich, Digga. Wie ehrenlos ist es, dass du hier dich so nennst? Digga, niemand mag dich. Kannst du mir einen Gefallen machen? Ja, was denn? Was denn? Du, bitte mach einfach keine Videos. Mach so Barbies-Videos. Digga, aber du... Digga, aber du musst doch meine Videos nicht schauen. Was juckt es dich, was ich mache? Also, du musst sie doch nicht schauen. Ja, Digga, aber trotzdem, Digga, niemand mag dich so, weißt du? Ja, aber das hat doch dich nicht zu jucken, ob jetzt jemand gute Videos macht, schlechte Videos. Egal, was ist. Es gibt immer Hater, weißt du, wie ich meine? Was lügst du? Wie, was lügst du? Ja, schau mal, der Einzige, worauf YouTube nicht faked, ist Umut, Abi. Das ist der Einzige Ehrenmann. Alle anderen faken. Was ist los mit dir? Wie lost bist du denn, Alter? Digga, seid sehr leise, Digga. Ich hasse so hart. Ich hab schon, genau auf meinem Kanal, ich hab schon tausend Videos gegen dich gemacht. Du hast tausend Videos gegen mich gemacht, oder was? Dass ich mit dir in einem Lobby bin, das hätte ich nie gedacht. Und mein Albtraum ist einfach wahr geworden. Digga, ich kann's nicht fassen. Alle meine Chats beleidigen dich gerade. Streamst du gerade, oder was? Ja, meine ganze Community hasst dich. Bist du so ein richtiger Hater? Du nennst dich sogar... Ist es ein Fake-Account? Also, ist es dein Main-Account, oder hast du den Account extra erstellt? Oh, den hab ich extra erstellt für meinen Livestream, du weißt. Weil ich hab vorhin, ähm, ähm, ADHS-Junge geheist. Aber du weißt, mein Legend hat gesagt, ey, bitte, nenn dir Fake-Account und so. Und du weißt, ich mach alles für meine Community. Hä, aber Digga, wie hast du denn... Wie hast du überhaupt mitbekommen, dass ich jetzt gerade hier, äh, Random-Dos mache? Also, bist du auf meinem Discord, oder wie hast du das mitbekommen, dass du jetzt... Nein, Digga, ich hab auf dein Discord geschaut, so. Da steht, du schluss-Fortnab, und dann aber gehackt. Digga, was machst du? Oh, Mann. Ja, weil du komplett lost bist. Was machst du denn da oben, Mann? Du bist doch selber lost, wie lost bist du denn? Oh, Mann, jetzt kommen hier Gegner... Oh, Mann. Digga, kannst du dich mal anstrengen? Ja, wegen mir, ne? Du bist doch gerade... Guck mal, was... Ich hab nicht mal gecheckt, wieso du dich so hochgebaut hast, Mann. Wie lost bist du denn? Ja, ja, komm, du bist so ein richtiger Hater. Eigentlich darf ich dir gar keine Aufmerksamkeit schenken. Ja, und du bist ein richtiger Faker. Ich bin ein richtiger Faker. Ja. Ah, und du fagst doch gerade hier... Du bist doch nur neidisch, keine Ahnung. Ja, wahrscheinlich. Ja, ich bin neidisch, ich bin neidisch, Digga. Ist dir noch nie aufgefahren, warum du so viele Dislikes auf deinen Videos hast? Ich hab Dislikes. Ja, auf deinen Videos. Ist das dein Ernst gerade? Kannst du mir... Kannst du mir mal helfen? Ja, zeig doch doch, du. Du bist doch so OG, so mit Renegade Vader, so in deinen Videos. Du hast eigentlich die Sachen aufgestellt. Ja, ich hau ab. Hör mal auf, Digga. Hier sind viel zu viele. Ich check... Ja, schau mal. Ich hab einfach einen geholt mit dem Sniper, Digga. Ja, schön für dich. Und den nächsten? Wo ist der nächste? Der kommt, der ist hinter dir. So, einfach leise, Digga. Du lässt immer erkannt von deinen Abonnenten, so. Und dann sagst du, dass du nichts fähigst, Digga. Niemand mag dich, Digga. Niemand mag dich. Niemand mag mich. Ah, und was sind die 200.000 Menschen, die mich abonniert haben? Ja, das sind alle Slowlakes. Das sind alle nicht nütz. Weißt du? Ah, okay. Du beleidigst jetzt meine Community und... Ja, Digga. Oh, Mann, Alter. Was hab ich hier für einen getroffen? Ich zog echt oft Random Duos, aber ich hab noch nie mal so Lostes wie dich getroffen. Ja, nur mit deinen Random Duos. Du machst auch immer die gleichen No-Skins-Videos. No-Skin dies, No-Skin das. Du hast immer was gegen No-Skins. Dein Ernst? Ja? Komm, lass jetzt mal in die Zone, Alter. Du nervst dich schon. Eigentlich, Digga, ich werd das bei Epic Games melden. Ich werd das bei Epic Games melden, was du da machst. Ich mach mich eh nicht. Ich hab einen OG-Ranagate-Reader-Account. Und dann hab ich noch OG-Strable-Ran-Skin. Weißt du? Was? OG, was? Strawberry-Ran, hab ich gesagt. Strawberry-Ran. Mit P. Strawberry-Ran? Verstehst du? Was ist das, Digga? Ja? Das ist ein Stil, wo nur ich bekomm. Was bist du für ein Losti? Was bekommst du die coolen, Leute? Bist du gerade... Mal über 10 Millionen Abonnenten auf YouTube haben, weißt du? Kannst du dir hier mal ein bisschen Heal gönnen? Ich dropp dir mal was. Guck mal, ich bin sogar so nett, dass wir hier mal... Nee, Digga. Leute, ich mach jetzt auch noch ein Video. Yo, Leute, was geht ab? Ich bin grad mit Flakes in der Lobby. Ihr wisst, was das heißt. Alle Links, erster Link mit beschrieben und deabonniert ihn alle. Die slaggt ihn alle. Schreibt ihn auch einen bösen Kommentar. Weil ich sag auch, diese Flakes hat einen ganz bösen Fertig. Digga, kannst du aufhören zu reden? Wie viel redest du denn? Was? Ich sag dir so ähnlich. Deine Community, tut mir ein bisschen leid. Ich hasse aber, tut mir ein bisschen leid. Weil die glauben auch alles, was du drehst. Kannst du mal einfach aufhören? Wie toxic bist du denn drauf? Guck mal, da vorne ist ein Gegner. Komm, du bist doch hier der größte Hater. Dann zeig mir doch mal, was du hier drauf hast. Wenn du wüsstest, wie viel ich dich mal gemeldet habe, dann kannst du gar nicht erzählen. Wo hast du mich gemeldet? Ja, pff. Wegen deinen Videos, meine Community. Alle melden dich. Wegen Faken und wegen Wichtlinien von Community. Wegen Beleidigen. Geh dir erstmal ein neues Mikro kaufen. Weil man versteht eh nichts, was du sagst. Und dann, du bist doch einfach nur neidisch. Du gönnst einfach nicht. Warum gönnst du nicht einfach? Ja, was laberst du? Ich weiß auch gar nicht, warum ich... Und du in meiner Community. Ich weiß auch gar nicht, wieso ich gerade noch mit dir zocke. Eigentlich sollte ich direkt liefen und dir eigentlich keine Aufmerksamkeit schenken. Digga, weißt du, warum du mit mir zockst? Warum? Weil du nicht verliebt bist. In dich verliebt bin ich. Weil du Nägel siehst. Ah. Ja, weil du Nägel siehst. Oh mein Gott. Ja, das hast du verdient. Schau mal. Alles wegen dir bin ich gestorben. Wegen mir. Ja, schau mal, Digga. Schau mal. Ja, wegen dir. Okay, ich bin lost, oder was? Ja, mit AIMBOT schafft man das. Ich bin lost. Ja, das war... Mit AIMBOT. Mit AIMBOT. Ja, schau mal. Du heil mich. Oha, beroll dich. Wenn du mich heilst, dann hättest du dich nicht mehr. Du hättest mich dann nicht mehr. Entschuldigst du dich dann? Ja, ja, heil mich. Heil mich. Okay, okay. Du bekommst die Chance von mir, weil ich ein bisschen nett bin zu dir. Ja, Bro, eigentlich mag ich dich so richtig so... Eigentlich stehe ich ein bisschen auf dich, weil du weißt... Digga, was liebst du so einen Lappen, Digga? Geh mal weg, Digga. Digga, ist das dein Ernst? Er denkt auch. Er denkt auch, Digga. Ich brauche keine Minis von dir. Du brauchst keine Minis von mir? Ah, jetzt auf einmal, ne? Nee, ich habe sie nicht genommen. Was willst du? Holy Moly, du bist ja komplett lost. Ich muss dich hier carryen und du bist ein Hater. Du bist so schlecht. Oh mein Gott. Komm, Digga. Ey, weißt du was? Ja, was denn? Was denn? Bro, ich sag dir ehrlich zu, wenn du mir auf PayPal 1000 Euro überweist, also wenn du mir 60% deine Einnahmen gibst für YouTube, so, dann hacke ich deinen Accounts nicht, weißt du? Wie? Du willst meinen Account hacken, oder was? Ja. Oha, oha. Boah, das Ding ist, ich hacke auch Accounts von deinen Zuschauern und so. Kannst du mir helfen, Digga? Nee. Nö. Ja, dann wirst du jetzt wahrscheinlich hier hops genommen. Was? Du hackst Accounts? Von deinen Zuschauern, genau richtig gehört. Und die weinen dann immer bei mir und dann muss ich lachen. Ich mache immer Videos drauf und ich scanne Zuschauer von Flex. Das ist dein Ernst? Ja. Ja, guck mal, du wirst jetzt genockt. Safe, safe, safe. Ja, aber, ja, das sind genockt, auf jeden Fall. Wo liebst du, Digga, oder was? Digga, hör mal auf zu reden, bitte. Was sagst du mir, du bist? Du sagst, du bist Hacker. Wie, wie, wie willst du Hacker sein? Bro, ich hab, ich bin schon admin dabei in den Discord. Ich hab schon deine Community, Digga. Ich sag gleich, wenn du mir 60% von deinen Einnahmen gibst, ich weiß, bei dir läuft sowieso nichts, Digga, weil du bist der größte Lappen und so. Wenn du mir kein Geld gibst, so, dann ist dein Account weg und dein YouTube-Account auch. Das ist jetzt nicht dein Ernst, Digga. Du willst mich doch hops nehmen. Du prankst mich doch gerade. Nein. Du weißt schon, du weißt schon, warte mal, warte mal, warte mal. Du weißt schon, dass ich das Ganze theoretisch auch aufnehmen könnte, was du sagst, und es auch bei Epic Games melden könnte. Bro, das war doch ein Spaß. Chill mal. Ja, jetzt auf einmal, oder was? Bro, ich feier dich eigentlich übelst, so, weißt du? Was? Ich hab jetzt schon geändert, ich feier dich eigentlich übelst, aber weißt du, wenn ich dich hasse, dann bekomme ich richtig viele Klicks, weißt du so? Ach so, du hatest mich nur für Klicks. Ja, nein, nein. Ist das dein Ernst? Ich soll jemanden haten für Klicks. Ich soll jemanden haten für Klicks, ist das dein Ernst? Ja. Ja, und ich sag dir ehrlich, wenn du mit mir Leute hatest, dann bekommst du auch ein bisschen Geld von mir, weißt du? Was bist du denn für ein Hater? Du tust so, als würdest du mich hacken und sonst was, und jetzt bist du auf einmal ruhig? Hä, Bro, ich feier dich übelst, so. Hä? Ja, du bist nur ein Lieblings-Youtuber. Ich hab genau gewusst, dass wir in meiner Lobby, so. Ich dachte so, weil ich verdiene mir Geld, dass du so eifersüchtig bist, aber du bist so korrekt geblieben, so, weißt du? Kannst du mir helfen, anstatt zu viel zu reden? Ja, dein Baba hilft dir schon, mein Sohnemann. Oh Mann, hier sind so viele Gegner. Komm, zeig mal, wie du hacken kannst. Kannst du mal ruhig sein? Ja, aber was ist das für ein Aim-Bot, man? Du laberst dir die ganze Zeit irgendwas rum. Das war dein Aim-Bot, oder was? Hey, du bist runtergeflogen. Das war, das sind so Nebenwirkungen, Nebenwirkungen. Aha, okay, okay. Nein, das reicht mir. Ich heil mich jetzt, ich heil deinen Account. Du hast nur 20 Sekunden Zeit. Okay, ich heil. Ich hab schon deine ID. Was, du hast meine ID? Ja, ich hab deine ID. Ich heil dich jetzt. Ich heil dich jetzt. Du bist so kommend... Ich heil dich sowieso 1000 Accounts. Digga, kann es sein, dass du mich einfach nur hops nehmen willst, dass du das gerade alles auf Spaß machst? Bro, das war natürlich alles wieder Spaß, so. Digga, äh... Weißt du was? Wir machen so, ähm, wenn du für mich paar Accounts von deinen Zuschauern scammst, dann lass ich dich auch in Ruhe, okay? Dig? Was soll ich? Ich werd niemals Leute scammen oder irgendwas. Nein, deine Zuschauer. Die sind sowieso nix wert. Bist du lost? Ich werd nie irgendjemand scammen. Ja, Bro, ich kenn dich so. Ich kenn dich auch so privat. Bro, das Ding ist, und wenn du mir jetzt auch nicht, ähm, äh, über PayPal 20.000 Euro beweisst, dann werd ich dein Gesicht zeigen, weil ich hab auf YouTube, also mein Video macht mit Facecam. Und das werd ich dann zeigen. Hey, Digga, ich hab Facecam. Ich zeig doch jeden Tag mein Video. Ähm, mein Video, mein, mein, mein Gesicht. Hä? Machst du Videos mit Facecam? Hä? Du kennst, kann es sein, dass du mich gar nicht richtig kennst? Hey, Bro, das war doch nur Spaß. Ich wollte dir das ein bisschen verraschen. Ich wollte so schauen, ob du dich selber so kennst. Du verwirrst mich gerade. Bist du jetzt wirklich ein Hater oder machst du nur Spaß? Ich bin ein Hacker und ein Hater. Und ein bisschen feierlich auch. Du verwirrst mich gerade echt, Mann. Komm jetzt mal hier, helf mir mal. Holy moly. Ja, Schatz, ich komm. Was für Schatz? Hä? Kannst du einfach mal ruhig sein? Nö. Hier drin ist jemand. Bro, ich kann über die Wände schießen. Schau mal. Brrrr. Ja, und jetzt wirst du gleich wieder genockt. Wie die ganzen... Du kennst mich nicht wirklich. Hast du gewusst? Du kennst mich nicht wirklich. Ja, ich kenn dich auch nicht. Hab ich auch nie behauptet. Eigentlich bin ich Capital Bros, ein kleiner Bruder. Digga, du träumst. Du träumst. Du wirst hier niemanden hacken. Ich werde deinen Account so safe sperren lassen. Ja, ja, ja. Ja, aber schützt mich mein Account, Digga. Das ist sowieso mein Drecks-Account. Das ist mein Hate-Account. Und ich hate auch andere YouTuber-Standards-Killen, weißt du? Auch 7x, alle. Ich hate alle, einfach alle. Alle, 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 alle hatest du. Oder was? Einfach aus Prinzip, oder wie? Ja, einfach so auf Ehre, weißt du? Du warst auf Ehre, Mann. Du bist ja komplett hier lost am Start. Guck mal. Ich, ich, ich hab sechs Skills. Wie viel hast du? Äh, 36. Hm, 36. Was, was, was? Ich geb mir jetzt einfach Chak-Chak auf X. Weil ich hab letztens deine Freundin geklärt. Bist du ein richtig Cringe-Hater, könnte es sein? Digga, was glaub ich, ich bin ein richtiger Hater. Was mach ich, wenn ich jetzt den Sieg hole? Was mach ich jetzt, wenn ich den Sieg hole? Was machst du jetzt? Was? Hast du schon mal einen Sieg geholt? Ja, klar hab ich schon mal einen Sieg geholt. Schon mehrere. Ey, kannst du, ey, lass mal einen Sieg holen, okay? Bitte, bitte. Weil ich, ähm, hab noch, äh, ich hab erst 42, äh, 42.000 Siege. Weißt du? Ja, Digga, ich bin hier konzentriert. Wow, sag einfach leise, hast du gehört? Wenn, nö, 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 zack, du bist leise, dann höll ich da in Schnauze, hast du gehört? Hast du gehört? Jetzt sag einfach ruhig und... Oh, das war sogar... Digga, Digga, ich hab ihn geholt, Digga. Ah! Digga, soll ich dir mal was sagen? Ey! Digga, hör mal aufzureden. Hör mal aufzureden. Digga, hör mal aufzureden. Ich, ich werde es auf jeden Fall bei Epic Games melden, man. Du bist so komplett lost. Du bist richtig komplett lost. Ja, du bist so lost. Ich hoffe, die finden deine IP raus und werden die sperren. Hau rein, Digga. Ich hab keine Lust mehr auf dich. Hau rein, Digga.